. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie alle begrüßen zu dürfen. Sie sind die Ersten. Sie können mal später sagen, Sie waren dabei, beim ersten sozialen Marktplatz hier Offenburg-Ortenau. Und was schön ist, wir dürfen alle nicht über Geld reden, das finde ich auch mal ganz gut, weil das ja auch insbesondere unsere Vereine und Organisationen immer in so eine Big-Position bringen und die Unternehmer immer in so eine Position, man kann das immer alles nur mit Geld unterstützen. Da passt auch das Wort Marktplatz hervorragend dazu, weil ja auf dem Marktplatz haben wir keine Zugangshürden. Jeder kann auf den Marktplatz gehen. Es ist eine riesige Kommunikationsplattform mit vielen, vielen Kommunikationsmöglichkeiten. Das Marktgeschrei ist sozusagen sinnbildlich. Heute Abend wünsche ich mir auch Marktgeschrei mit Erfolg. Daher ist der Marktplatz für gute Geschäfte, ich meine eine wunderbare Gelegenheit für Unternehmen und gemeinnützige Einrichtungen, vielfältige Kontakte zu knüpfen und gemeinsam kreative Ideen für gutes Arbeiten zu entwickeln. Nachdem wir machen ein Konzept, machen wir einen Animationsfilm, einen klassischen Lege-Trick oder Zeitendruck. Ja, genau so gut. Da sage ich zum Kollegen in Karlsruhe, die halt überwiegend hier in Offenburg arbeiten, hier, ihr könnt euch das ins Büro hängen. Das ist schon zwei. Ich gehe jetzt zur Projektbeschreibung. Kommt. Ich habe neue Leute kennengelernt, neue Mitarbeiter der Institutionen und Vertrainer. Und bin darüber eigentlich ganz froh, weil über den Kontakt kann man auch sich weiterentwickeln. Und es gibt neue Projekte, die wir zusammen angehen können. Also ich finde, das war spitze jetzt. Hat für uns voll getroffen. Das, was ich erwartet habe, ist auf uns zugekommen und funktioniert. Gute Geschäfte zu machen. Es entspricht unserem Konzept als Waldorf-Kindergarten, eben Dinge gegeneinander zu tauschen, ohne über Finanzen zu sprechen. Ich darf Ihnen sagen, dass wir insgesamt 31 Vereinbarungen zu verzeichnen haben. Er war sehr interessant, weil die verschiedenen Institutionen eigentlich mit einer Firma nicht unbedingt was anfangen können und umgekehrt haben. Ich war nervös, war aufgeregt. Und das Ganze hätte im Grunde dieser Aufregung entsprochen. Doch es war Turbulenz, war Quialex, war einfach Leben vor. Ja, wir haben jetzt ganz andere Kontakte und ganz andere Abschlüsse eigentlich gemacht, wie ich das eigentlich vermutet hatte. Wow! Also bei mir ist was ganz anderes rausgekommen, aber darüber freue ich mich genauso. Also von daher war das ein sehr schöner Abend und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, Sie mag das. Sollen wir noch einen zweiten machen? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht.